Ja, servus Leute und was geht ab zu einem weiteren Let's Play? Ich weiß, ich war länger nicht am Start, ich glaube es sind mittlerweile 5 Tage. Ja, Grund dafür ist, ich arbeite im Moment an einem neuen Setup, das heißt ich bin demnächst mit Kamera, das heißt mit Live-Bild für euch verfügbar. Ja, wie dem auch sei, jetzt haben wir wieder ein neues Video von, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, Modern Warfare. Ja, ich habe es doch gekauft, das Bullshit Game Infinite Warfare ist zwar nicht so leibernd, wie die meisten sagen, aber es enthält eben das Zusatzpackage, dass man Modern Warfare zocken kann, ja darum musste ich doch leider die 70 Euro, 80 Euro, was es kostet mittlerweile, löhnen. Ja, wir sind jetzt da, spielen aber kein klassisches Mehrspieler-Spiel, sondern ein Bot-Spiel, wir spielen gegen Bots, weil die Bots von Modern Warfare einfach so fucking oberpowert sind, das ist einfach abnormal, wir sind gestern krepiert, wir sind vorgestern krepiert, das ist wirklich heftig, wir werden schafft es hin und wieder, aber sie sind einfach wirklich abnormal heftig drauf. Wie dem auch sei, wir sind heute da, spielen gegen Bots, mit der Trausi kennen wir von dem einen oder anderen Spiel von Battlefield 4 und von Star Wars. Servus Trausi. Hallo, hallo. Normalerweise lacht ihr ja schon im Hintergrund bei der Ansage, heute einmal nicht. Ja, wir stellen jetzt einmal das Spiel ein. Muss ich jetzt am Räusser. Ja, fix. Wir stellen jetzt einmal das Spiel ein, was spielen wir denn ein? Klassene Titel? Nein, haben wir schon ausgewählt. Ich mache ab jetzt mal die Pärs. Ja, aber über drei brauchst du nicht, gell? Nein, nein, warte mal, warte mal. Setup. So. Wir spielen welche Map? Was willst du spielen? Container Map? Nein, das ist zu heftig, oder? Nein, nein, das ist zu extrem. Ja, zu dem Anfang. Ja, dann spielen wir, dann spielen wir, warte mal, na, die ist scheiße, Crash, Borg, Borg, ist die Nachtmap, wo es auch so viel Snipern, da Snipern ist auch so viel, mittelgroße Bausche, sehr gut geeignet für alle Modi. Kleiner Wüstenkampf, na, was nehmen wir? Ja, ja, ich nehme den Crash, das mit dem Hubschrauber in der Mitte. Ja, das ist, ja, das ist cool. Ja, klassisches Team-Death-Match spielen wir, nicht jeden gegen jeden, oder? Team-Death-Match. Nein. Verbündet-Bots nehmen wir keine, wir nehmen aber feinliche Bots, wie viele nehmen wir? Nehmen wir 10 oder 15? Nein, 10. 10? 10 reicht, ja. Wenn wir zu zweit sind, ja. 10 maximal? Ja, 10, 10 maximal, ja, das reicht. Okay, und die Bots? Wir können ja noch immer rausgehen. Bots-Schwierigkeiten nehmen wir, Rekrut, Normal, Söldner oder Veteran? Oder gemischt? Ja, gemischt einmal rein, haben wir noch probiert. Oh ja, einmal haben wir es eh gespielt mit 16 Leuten. Also mit 16 Bots und, nein, nein, Blödsinn, mit 6 Bots, glaube ich, und gemischt habe ich es gemacht einmal. Ja. Deswegen, ich hätte gesagt, machen wir es auf leicht, spielen wir mal auf Rekrut. Nein, spielen wir normal? Normal. Normal, okay, und 10 Leute. Die sind eh schon normal gut. Ja, normal sind es circa so, also bei Modern Warfare, so wie es du spielst eigentlich. Aber ich sage mal, ich spiele auch circa so wie du, aber wir spielen jetzt nicht schlecht oder was. Und so spielen die eigentlich oft normal, da. Ja, deswegen stellen wir lieber normal ein, normal. Ja, auf Veteran habe ich überhaupt keine Chance, da kacke ich komplett ab. Ja, Söldner ist das nächste, Veteran ist komplett extrem. Söldner wäre die nächste Steigerung von normal. Na, bleiben wir auf normal. Ja, normal, ja wie gesagt, normal ist so wie du spielst, ne? Passt, dann nehmen wir normal. Ja. So, dann, Warfare hast du schon ausgewählt, was du spielen möchtest. Ich habe auch meine ganzen Setups schon zusammengestellt, dann starten wir einfach mal das Spiel und schauen wir mal, was abgeht. Ja, Leute, mich würde interessieren, habt ihr euch Call of Duty Cold? Ich muss sagen, ja, wie ich angesprochen habe im Intro eigentlich, dass Infinite Warfare ist extrem scheiße. Also es ist echt zum Coatsch. Ja, das ist, ich muss so viel lachen, ich weiß nicht warum, aber ich muss so viel lachen bei dem Spiel, weil jedes Mal ständig irgendein Vollidot herumspringen, also fliegt, wenn der läuft, oder irgendein komischer Hundepot rumrennt, oder Spinnenpot, oder weiß nicht was, die rennt da hinterher und frisst dich zusammen, oder legt dich um, oder keine Ahnung. Ja, Spawner sind sogar Marines, gehen wir, Marines, nicht Falsch drücken. Ja, einfach immer wieder schönes Wasser. Das sieht also richtig billig aus. Ja, komplett billig. Es ist wie ein behindertes Computerspiel, also das behinderste Computerspiel des Jahres 2016, also auch das könnte man es bezeichnen, also eine Auszeichnung könnte es tatsächlich bekommen. Ja, mich würde es eben interessieren, schreibt es in die Kommentare, ob ihr euch das Spiel holt oder geholt habt, beziehungsweise wie eure Meinung zu Infinite Warfare ist. Andi, ich hätte gesagt, gehen wir da lieber raus, äh, raus, sag ich, rauf, ins Haus, kommst du? Wow, da unten sind alle, wow, einen hab ich. Oh, links kommen, es fahr kurz und weg. Ja, hinter uns. Shit, er gibt mir einfach, er gibt mir einfach so. Aber es ist so eine krasse Umstellung vom Battlefield auf Call of Duty. Ja, wow, 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 den lasst der Granate fallen, Alter, das packe ich, wow, nein, ich renne raus und er schießt mich. Ja, das stimmt auf jeden Fall, also Battlefield muss ich, ich muss doch sagen, sie haben die Grafik, okay, ist, finde ich extrem scheiße, dafür läuft das Spiel halt flüssiger. Die haben die Grafik bei Modern Warfare, oh, Alter, da ist einer runtergedreht. Ähm, und bei Battlefield 1 ist die Grafik halt schon sehr extrem gut, also, muss man schon lassen. Ja. Die Grafik, egal ob du jetzt Singleplayer oder Multiplayer spielst, sind beide gut. Natürlich, Multiplayer ist jetzt nicht so gut, wie der Singleplayer ist, aber auch klar, aufgrund der Rechenleistung, die da aufgebracht werden muss, und Netzwerkleistung. Oh, shit. Ich bin hinter dir. Was war das? Einfach so einen nervösen Zucker mal gehabt und um die Ecke geschossen. Aber am besten ist, wir verschanzen uns, glaube ich, in irgendeinem Haus. Bleiben wir da in dem Haus, da hinten. Und gehen wir rauf. Ganz hinten. Ja, genau. Dann rauf. Dann haben wir nämlich nur, da können sie nur von, von die Stufen da kommen. Hast du eine Klemur? Oh, sehr geil, jawohl. Ja, ich stehe jetzt zwei. Wenn zwei Kills gemacht worden sind, wissen wir, dass sie kommen. Da unten kommen schon welche? Also, einer. Hab ihn. Noch einer. Irgendwo ein Sniper, pass auf, der ballert da. Wo ist die Granate jetzt hin? Ich habe irgendwo eine Granate hingeworfen. Oh, du hast einen Klemur. Noch einen. Ja. Okay, das heißt, die sind schon im Haus? Knie entgegen, Knie entgegen, Knie entgegen. Oh, er gibt, er gibt, er gibt, er gibt mit der Uzi Vollgas. Aber sowas von. Ich habe dich, glaube ich, gerecht. Königstöter. Ja, er hat wieder eine Granate fallen lassen, das war einmal klar. Ich bleibe aber trotzdem kurz da. Was ist denn Waffe, spielst du, du hast geigert? Oh, fuck. Auch er. Das gibt's ja nicht. Das ist nämlich so schnell weg. Die 36. Nein, nimm die nicht, die ist nicht so gut. Schau ihm an, wie er kämpft. Wie er einfach kämpft. Du blöder Wichser. Ich schiebe mir einfach schon wieder zu viel. Nein. Oh, Klemur. Ich habe es noch. Zing. Nein. Schau ihm an. Schau ihm an. Oh, gerade noch. Nein, da ist noch einer. Da kommen sie wieder. Da kommen sie wieder. Haben die schon eine feindliche Drohne, die Krippen? Ich glaube, kann sein. Der ist um die Ecke gekommen und hat gewusst, wo ich bin. Wirklich? Ja. Okay, wo bist denn du jetzt? Der ist so richtig 90 Grad um die Ecke gegangen. Oh, schon wieder Granate. Bleiben wir da im Haus beide. Aber Deckung, bleib im Haus, im Haus, im Haus, nicht außerhalb. Feindliche Drohne, Luftangriff, was haben die noch alles? Wow. Wenn du beschossen wirst, zieh dich so weit zurück, dass du wieder Hälfte bekommst. Aber bleib im Haus. Oh, nein. Was ist das? Ah, ja, ja. Alles klar. Nein, 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 nein. Wow, da ist noch keiner. Bist du sicher, dass du es auf normal gestellt hast? Was habe ich? Bist du sicher, dass du es auf normal gestellt hast? Ja, ich denke schon, dass es normal war. Leute, was denkt ihr? Bitte? Ja, ich denke schon, dass es normal war. Ich denke schon, komm, gescheiße. Ey, hast du, die sind ur-ab-normal. Die sind so stark, Alter. Die sind so stark. Ich schwör's. Was auch, jetzt sag ich dir mal eine Start. 8.11. 8.11, ja, aber bist du eh gut. Bist du eh gut, Alter. Dafür, dass die auf Söldner sind, ich schwör. Die sind extrem stark auf Söldner. Ei, auf Söldner. Aber ich habe, glaube ich, die falsche Waffe da für die Map. Jetzt kommen gleich welche. Jetzt kommen gleich viele, sicher. Ich habe auch Clemos. Orgaschit, Orgaschit. Oh, und habe schon einen abgeschossen. Lustiger Shit. Da ist noch meine Clema her. Ja, ja, nein, nein. Wo ist er? Nein, er steht hinter mir. Packst du sowas mit den Granaten? Die haben da Granaten reingeschmissen. Wie blöd. Oh, oh, nein. Ja, ich habe einen auf den falschen Waffen. Ich muss auf den 4 und den Sniper umrüsten. Das geht so nicht. Ja. Schau, Mann, er gibt mir einfach so Hedgehot. Einfach so. Ein Spawn Rape. Einfach so. Er färdelt mich von hinten. Er messert mich einfach. Das gibt es ja nicht. Wo bist denn du eigentlich? Fragst du dich irgendwo vor Schanz? Bist du in einem Haus? Ich versuche, zu dir zu kommen. Oder bist du tot, ne? Oh, shit. Ich werde schon wieder beschossen. Oh, shit. Boah, ich bin da gerade in so einer blöden Ecke. Aber. Und ich spawne die ganze Zeit vor mir. Aber ich fixe sie. Ich fixe sie alle, oder? Die ist etwa blutrüstig. Und das ist auch noch dazu. Wo bin ich denn? Werder. Luftangriff. Gib ihm. Erst, wenn ihr immer behindert. Was ist los mit ihnen? Oh, dann ist man hier richtig safe. Ja, oh ja. Erst, ich habe keine einzige Abschuss-Serie. Wirklich? Nö. Man müsste eine andere Waffe besorgen. Das geht ja nicht. Keine Muni mehr. Schrotflinkt da, ja? Nicht so schlecht. Oh, da kommt einer. Den können wir gleich mal mit der Schrotflinken weggschlagen. Doch, dann geht es. Sie schießen meinen Heli runter. Wow, das war knapp. Aber ich habe ihn gewischt. Nein, mit der Blendgranate. Wahnsinn, aber die Schrotflinte ist ziemlich arg. Bist du behindert? Die macht extrem Schaden. Was war denn das? Eine Kleber ist der Klägen direkt vorm Haus. Und ich habe sie einfach nicht gesehen. Sollte ich über Scharfschützen verwechseln. Oh, ist eine Drohne gehabt, hm? Ja. Nein, er liegt noch am Boden, der Wichser. Jetzt aber Drohne. Die kommen von rechts, glaube ich. Das ist ja nicht normal. Oh, Granate reingeflogen. Nein, und er schießt mich von draußen weg. Es sind einfach so viele. Das Lustige ist, ich wollte zuerst eigentlich 15 einstellen. Wow, das ist ein Klima. Ich wollte zuerst 15 einstellen. Ja, wie ist er jetzt? Da ist er einer gewesen vorher. Ja, Sniper her zu mir. Sniper nämlich, na komm. Würde wirklich. Nein, eine Granate. Und er snipert mich noch. Die sind so grauslich, wirklich. Die werden ja auch immer brutaler. Ich habe noch einen angekittet. Wow, da sind viele. Nein. Was habe ich für Zeit eigentlich eingestellt? Ich weiß gar nicht, 10 Minuten anscheinend. Da gehst du wieder zum Umstellen. Fack, 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 fack. Ja, genau. Ich habe ihm ja einen Headshot gegeben, das Arschloch. Wirklich? Das ist ja behindert. Ja. Hast du letzte Chemist? Nein. Nein, der ist nicht einmal mehr gegangen, der Toto. C4 hast du irgendwie umgelegt. Nö. Aber oah, wie weit das geht. Die sind komplett überbaut. Aber bist du eh fast gut gewesen, schon 18, 20, also so schlimm war es jetzt gar nicht. Ja, aber trotzdem, das ist Wahnsinn. Der Einer hat auf dich geschossen. Dann schieb ich ihm vielleicht kurz an. Der dreht sich um und fällt sofort auf mich. Der hat genau gewusst, wo ich war. Und ich war oben im ersten Stock hinten in irgendeiner Ecke, wo ich gerade einmal so durchgeschossen habe. Und ich waren halt 15 Sachen. Und er hat genau gewusst, wo ich bin, das Arschloch. Jawohl. Ich bin jetzt nochmal in den Spielsetup reingegangen. Ich las aber die 10 Minuten, dass das Video nicht allzu lange werden wird. Ich mache aber jetzt das Spielsetup so. Ich lasse die 10 und gehe auf normal runter. Okay? Ja, bitte. Passt. Aber Karte spielt mir eine andere. Mhm, ja. Nehmen wir Backlot. Backlot, glaube ich, ist eh ganz cool. Ja, Backlot, eh Team-Dive-Match, ganz normal. 10 Minuten werden wir spielen. Feindliche Bots habe ich jetzt auf 10 gestellt. Und Bots-Schwierigkeit nochmal. So, Waffe noch irgendwas anpassen oder so? Ja, gleich. Wobei, warte, ich habe da noch Schrotflinten-Typen. Genau. Bei dem hätte ich nämlich gerne, wo ist denn das mit der, da ist das, zweite Hand als Premierwaffe, eine Schrotflinte. Hast du ja mal mit der MP44 gespielt? MP44? Was ist denn MP44? Das ist so wie ein K-Verschnitt. Achso, die, nein, MP44, das ist die aus dem Zweiten Weltkrieg. Die ist ziemlich arg, aber mir taugt es nicht so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich versuche jetzt nochmal die AK74U und fetzen wir da, was fetzen wir da drauf? Hochpunkt oder Schalldämpfer? Schaden bleibt gleich mit Schalldämpfer, aber die Reichweite geht runter. Ja. Machen wir mal so. Was haben wir da noch? Parkierung. Was passt denn zu der AK? Ganz gut. Ja, so ein abgefucktes Grün. Nein, machen wir sie einfach so vernickelt. Oh. Schein. Ist das auch vernickelt? Ja, aber die nehmen wir so ein Daumenmuster. So, bist du ready? Gleich. Was stellst du noch ein? Ich hab mir auch die MP4 noch geschwitzt. Okay. Mit MP4 habe ich auch ein Setup drinnen. Nein. Geil. Geht schon los. Okay, dann gehen wir. Hau rein. Dann gehen wir an San. Jetzt spielen wir Backlot. Aber nehmen wir wieder die Marines. Und die anderen heißen ja glaube ich Opfer, ne? Ja. Opfer. 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 Ja, aber an und für sich Modum Warfare war schon ein geiler Spiel damals. Also ich glaube, das habe ich auch ziemlich viel. Ich habe früher eigentlich Call of Duty und Counter-Strike eigentlich hauptsächlich den Battlefield bevorzugt. Ich bin da jetzt dann eben nachher irgendwie ungeswitcht auf Battlefield, seit Battlefield Bad Company 2 war das damals glaube ich, bin ich ungeswitcht und habe dann nachher angefangen eben Battlefield mehr zu zocken, weil Call of Duty einfach immer geschissener geworden ist. Eben, das war eins der letzten, wo ich gesagt habe, okay, das ist noch geil zum Spielen. Das taugt mir. Aber danach ist es nur noch echt für den Arsch geworden. Das war wirklich. Oh. Oh. Schau ihm an. Schau ihm an. Überall Granaten. Überall hinter dir. Überall Granaten. Aber ich habe noch irgendeinen Abschuss gemacht im Tod. Schau ihm an. Er schieße ihn mit dem Arsch. Oh. Was macht... Oh. Gewächter. Hast du ihn? Ja. Ja. Da kommen aber noch welche. Ich habe gerade voll den Arsch gerettet. Wow. Er trifft mich noch mit der Granate. Das geht. Nein, ich werde mich erschossen. Ah, da könnte ich aber eigentlich die MP90 spielen. Wird er, glaube ich, besser ab. Zu zweiter, wenn er uns auf mich zuhört. Nein. Aus Krone. Ah, ich weiß schon wieder. Was wir da machen. Ich hole mal die Krone. Nein, 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 nein. Er blendet mich. Oh, da kommen viele. Fuck. Da kommen viele. Auf was hast du das umgestellt? Auf was? Nein, nichts habe ich umgestellt. Auf normal. Sinds. Die sind auf normal. Die sind auf normal. Die sind auf normal jetzt, ja. Da lebt ja noch der Typ. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Ich führe mal die MP5, oder ist das deiner? Hör sich da auf. Oh, links. Sollen wir uns mal den Helikopter zur Unterstützung haben. Aha. Abschlussserie beendet. Aber gut, das war ja mehr Kempen. Der lebt auch noch. Der liegt noch am Boden, der Wichser. Schau du um lange Gang, bitte. Ja. Der Heli ist schon wieder herunten. Sie haben den Heli schon wieder runtergeholt? Ja, die gehen sofort auf den Heli los. Hey, die MP5 geht aber auch schon gut ab, eigentlich. Nein, das ist nicht tot. Ja. Ja, ich weiss nicht. Mir taugen. Mir gefallen die ganzen MPs viel mehr als die Sturmquere. Ich weiss nicht warum. Weil die MP einfach viel handlicher ist. Und ich einfach mehr, so wie es der Typ, der gerne in engen Kampf reingeht. Hm. Nein, was für ein Aim. Was mache ich eigentlich? Ich voll rottl. Oh. Da muss ja noch irgendwo da sein, der Typ oder? Jo. Klima zerstört. Ahja. Oh, da kommen schon wieder viele. Nein, das Auto. Achtung. Na. Na. Er schrotet mich durch die Wand. Schau ihm an. Na, packst du sowas, was ich mit ihm nicht... Fuck you. Boah, ja, das ist ja... Na. Oh, shit. Es ist so nerviger mit dem letzten Schuss. Boah, 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 boah. Bin ich jetzt tot oder lebe ich noch? Ich weiss es nicht, ich seh nix mehr. Ja, genau, Schnapper, fiel dich. Nein, das war klar. Aber ich habe nicht drüber zu tun. Also wenn man blind reinschießen ist. Oh, shit, nein, was mache ich? Ich wähle das eben jeder oben aus beim Fenster und sie ballen alle einfach ins Fenster reinlegen. So. Ziehen wir uns einfach mal wieder zurück. Schauen wie er überlebt. Platz hier, Clemo, genau bei der Ecke. Von rechts, rechts, oh, beim Durchgang da. Rechts, nein, nein, weiter vorne. Na, dort, wo das rausgekommen ist, genau. Ja. Das wird, oh, da kommt noch einer. Kommt der jetzt welche her oder nicht? Jawohl, 10er Abschuss, warum nicht? Dann holen wir uns noch einen Heli dazu. Oh, fuck. Ja, Alter, wie viel kommen da? Sinds behindert? Sinds behindert? Sinds jetzt alle raufgekommen? Wie viele waren es nicht? Ich weiß ja nicht. Naja, ich glaube, drei, zwei Clemo, also zwei Typen. Dann habe ich zwei so abgemurkst, dann habe ich nachladen müssen. Dann sind nochmal drei, glaube ich, raufgekommen in die Stufe. Was? Naja, das ist ja... Nein, schau dir mich an. Schau dir mich an. Hin zu uns. Jawohl, da kannst du voll durch die Wände schießen. Das geht ohne Problem. Einfach durch die Wand durch und gib ihm. Verbündeter Luft ein. Nein. Ja, aber ja, das müsste ich jetzt noch ausgehen. Gehe ich irgendwem? Nein. Nächste Mal einen Hit schaffe ich. Drohne, wenn du siehst. Ich platziere mich lieber mal wieder da. Wie schaut es denn da aus? Ja, eh positiv. Du auch positiv. Na? Mhm. Du Clemo bist reingelaufen. Scheiße. Ja, der Bot war weg. Da ist einer in die Tür grennt. Eine Sekunde später bin ich hinterher. Was? Da sind fünf. Das gibt es nicht. Ich habe nur zehn eingestellt. Ja, das... Ja, da waren es bei mir alle. Die AK wechselt schon sehr schnell das Magazin. Das ist so arg. Achtung. Nein, ich bin auch tot. Warum wechsle ich nicht? Was hast du denn du als Sekundärwaffe eigentlich? Die 90. Ja, dann musst du einmal kurz rüber wechseln. Immer wenn du stirbst und aufwachst wieder. Weil dann zieht er einmal die Waffe auf. Jawohl, gemessert. Dann zieht er einmal die Waffe... Oh, fuck. Dann zieht er einmal nämlich die Waffe auf. Und dann kannst du nachher gleich schießen. Du musst es nicht gleich machen. Ja. Das ist halt der Scheiß. Das ist halt der Scheiß. Wow, die kommen schon wieder überall, Leute. Wahnsinn. 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 Vorne, hinten. Alles. Jawohl. Und die andere schmeißen wir nämlich daher. Die Klima. Wo ist denn? Ich habe keine Klima mehr. Ich bin gerade aufgeraucht, aber ich habe keine Klima mehr. Aha. Ah, ich habe eine andere. Klasse gewählt. Stopp. Oi. Mit einem MG. Einfach so. Hey, wir haben gewonnen. Du hast mir jetzt einen Kill gemacht. Ja. Aber wie er mich weg holt. Oh. Ah, eh ganz schön. Eh ganz schön. Was war das? M4 oder M16? Das war M4. Mhm. Schön. Ja, M4 ist ziemlich genau zum Schwimmen. Das ist recht geil. Das taugt mir ziemlich bei der Waffe. Ja. Aber wenn du oben bleibst, verzieht es. Aber wenn du nur einmal bleibst, verzieht es. Ja, wenn du kurz immer abtippst. Ja, so kurz wie vorher stehst du ja abtippst. Ja. Ja, das tut. Genau. Fix. Na passt. Ich sage einmal, zwei Runden reichen, sonst wird das Video zu lang. Leute, ich sage danke fürs Einschalten. Es werden, wie gesagt, am Anfang demnächst Videos folgen, beziehungsweise auch wahrscheinlich mehr Livestream kommen. Ihr könnt auch mal auf meinen Twitch-Channel schauen. Ich habe jetzt einen neuen Twitch-Channel eingerichtet. Nennt sich Danny Plays TV, also TV geschrieben. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Das heißt, ich werde demnächst, ich weiß noch nicht wann genau, aber früher oder später mit Live-Videos für euch dort da sein und natürlich dann auch weiterhin auf YouTube vertreten. Ja, ich sage doch nochmal danke fürs Einschalten. Wir sehen uns demnächst, entweder online oder beim nächsten Let's Play. Servus.